Du siehst doch! Hallo! Wie er da aussieht, Alter! Du siehst doch! Dott, ich warme dich auf. Dass die Leute gleich mal kennenlernen, weil das leichteste Opfer ist bei der ganzen Sache. Das leichteste Opfer? Das leichteste Opfer? Das leichteste Opfer? Ja. Aua, Alter! Bist du nicht, Alter! Bist du nicht, Alter? Bist du nicht? Bist du nicht? Hast du deine kleine Gläser auf? Nein, hast du nicht. Das habe ich gerade nicht auf. Du, auf der Tiefe ist das schief. Ich weiß gar nicht, dass ich... Ich glaube auch, das fühlt sich immer nicht groß an, was ich da zeichne. Was hast du denn jetzt vor, wie viel Pässt gekriegt? Das ist 45 mindestens, oder? Mein Gewicht werden 45 Pässt. Ich glaube, das hältst du jetzt komplett raus, oder was? Sicher. Ich muss dir ein spezielles Anzeichnungswerkzeug. Braucht ihr denn da so einen groben Strich machen? Das wird da höchst präzise, glaube ich. Wie hast du das jetzt ausgereicht, dass das passt? Das? Da ist ein Zidern im linken Ei meistens. Ein was? Zu wie im linken Ei? Ein Zidern. Achso. Dann spürst du, was du einen Strich ziehst. Genau, ja. Hast du das gern? Ich bin auch fertig. Mattel. Früher, Mattel. Ja, das Burschen, wir sind heute hier am Skilift fahren, da auf den Berg. Wir proben da jetzt für das Buch Maxi Helg Lamp ein paar Sachen aus. Wir sehen da, wenn wir da runter filmen, OldChamp filmt gerne runter. Wir sehen da die Halfpipe, die sogenannte Halfpipe. Und da wird das Buch Maxi Helg Lamp stattfinden. Und ob das alles überhaupt möglich ist, wie sie das ausschaut haben. Das werden wir jetzt durchdessen. Ich nehme mit mit der Helmkamera. Ich denke jetzt her, OldChamp, was sagst du dazu zu der ganzen Sache? Ich glaube, dass das ein recht super Event werden wird, weil es werden nicht alle schaffen, glaube ich. Aber es geht ganz gut. Glaubst du, dass sie schon? Nein, ich glaube schon, dass sie schon, dass sie schon. Aber jetzt müssen wir es da rauf, ich will noch weiter machen. Ja, das probieren wir jetzt, ok? Ok. Probieren wir auch. Gut. Jetzt schaut sich ja anders an, oder? Oh nein. Ja, das ist ganz gut. Die Aufhänger wird schwieriger, oder? Du, natürlich, du musst probieren. Mit denen? Ja. Es ist schon unten jetzt. Da sind ein paar Wöden, oder? Da ist so eine Wöden, da ist man gleich so hochgestiegen. Ja, sicher. Die Wöden sind schon super für dich. Nein, aber da müssen sie weiter. Ah man, por favor auf. A machen wir es? Ja, mal gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich steh da nur auf, oder? Wir sind heute bei Bafala Wings in der Bafala, Bafala, Bafala gekommen. Heute angeblich bei einer Gobelkopf Party. Die ist schlecht organisiert. Wo sind wir heute? Wir sind heute in Wirtshaus in Rupert Stall bei mir daheim. Seit ich 10 Jahre alt bin, bin ich schon ein Wirt da herin. Und heute natürlich zum Anlass vom Gobelkopf reischweißen. Wir haben eine kleine Party auch noch. Sehr gut, ja. Ich zeig dir die letzte Gobelkopf Party bei dir. Schon ein Zeil her. Schon ein Zeil her. Es ist ja wirklich Zeit geworden, dass wir die nächste Gobelkopf Party feiern. Ja. Ich bin wieder nur da zum Fressen und Saufen und Blätreden. Verstecken fahren wir runter, dass die Leute noch nicht sehen. Wo seid ihr gut? Geht ein paar Mal auf drei, präsentierst du, ok? Sie sehen es noch nicht, die Leute. Willst du noch was erzählen? Das ist wie das neue Siegergerät. Der Hobelkopf? Der Hobelkopf, ja. Ok. Du fährst. Auf der Splätze fertig. Go! Bo! Was haben wir da? Bo! 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 Jetzt werden wir die Schweißnette prüfen. Der Gobelkopf, der hat was mit Dags weggetreten, hab ich gesehen. Was hast du da gemacht? Warum ist da eine Kart? Oh! Oh! Dann fallen die Kart sogar auf. Die scheißen wir auch. Das ist eine Kart, aber! Wenn du auf die Kruhe nicht dröscht! Wenn du auf die Kruhe nicht dröscht! Ja! Wie verdammt ist der eine Dingssäpresst, wenn er stärker oder was? Er hat Verstärkungspflicht drinnen oder was? Ist ja Wahnsinn! 40er Dingssä, RZ4 drinnen! Schwingern, Zot, was sagst du dazu? Ich bin sprachlos! Brutalst, Brutalst, der Wahnsinn. Du kriegst auch ums Tabelklass, mein Gegner. Hab ich schon jemals Gegner gehabt. Geht die Verkleidungen weg, dann geht die schon aus wie ein 3000er Ruserberg. Kennen Sie das Statement von Buffalo? Da ist man draußen. Hallo! Buffalo, was sagen Sie, zu dem ganzen Reglement? Änderungen. Änderungen gibt es jederzeit. Ich hab's schon reingeschaut ins Portal, weil da steht nämlich was die Änderungen. Ich gehört, wenn man 46 und Johann Schub machen, heuer die technische Abnahme. Da werden einige Steigerdruckpumpen machen, weil ich überhaupt kein einziges machen kann. So geht los. Buffalo, wenn ich's dein Hockeyheilig des Maxi verheuert, das wird jetzt gesegnet, oder? Wer ist denn aufgebaut, hast du gesagt, Dax Factory, oder? Dax Factory. Wir begrüßen unseren Z1 Monolien, Meister Monolien von Monolien, 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 von Monolien. Dax Factory. Ja, zum heiligen Nepomuk segnen wir das ganze Fahrzeug jetzt Tischübergeber an die Geo. Okay, danke. Wie ist der Name für das Fahrzeug? Wir dürfen dieses Fahrzeug büffeln sein Gerät. Nepomuk Bacero. Nepomuk Bacero. Okay, das ist der Eingekastung. Was sagen Sie dazu? Sie waren Profi Skater, wenn Toni Hox an sich rennen gefahren, oder? Ja. Ja. So, was sagen Sie? Sicher ein Tschera. Ich bin damals schon ein Profi gewesen. Toni Hox pro Skater 1 und 2. Auf der Playstation. 1 und 2. Ja, Tschera. Bei ihm ein Tschera. Ja, Tschera. Ja. Dann werden wir im Plan geht das Update nicht. Ja. Ja. Die neue hier Ölfer-Cobra ist das. Und die neue Ölfer-Cobra, der ist mit dem Maulfer. Ja. 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 Na die neue Eingephöse, auf die neue Eingephöse. Was sagst du jetzt? Wie war das? Ja, so etwas müssen wir kaufen, glaube ich. Ich glaube, so etwas brauchen wir im Haus. Jetzt kauft die ganze Stadt der Siedlung eine Motto-Grasse. Alle gleich Gaskrank. Alle. Wurscht, wer es ist. . . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017